Und das Learning war in dem Moment, dass Verkaufen, wenn man es verstanden hat, wie man ein Vertrauen für sich gewinnen kann, also sich selber als Produkt, weil das wichtigste Produkt ist nicht das Produkt, das ich verkaufe, sondern ich selber bin das wichtigste Produkt, wie ich mich verkaufe, wie ich es schaffe, dass ein Mensch mich kauft. Wenn ich das geschafft habe, dann kann ich im Prinzip fast alles Menschen verkaufen. So, Ladies and Gentlemen, welcome back zum Podcast der Entrepreneur University. Mein Name ist Robin. Schön, dass ihr alle wieder fleißig reinhört und ja, vielleicht auch der eine oder andere hier auf YouTube noch reinschaut zusätzlich. So, ich werde nicht müde zu sagen, dass Vertrieb das wichtigste Thema eines jeden Unternehmens ist, der Sauerstoff eines Unternehmens. Ohne das geht gar nichts. Ich glaube, Reinhold Wirth hat mal gesagt, Vertrieb ist nicht alles, aber ohne Vertrieb ist alles nichts. Und genau deswegen ist es mir so wichtig, dass wir immer mal wieder hier in diesem Podcast über Vertrieb sprechen, intensiv sprechen. Und ihr wisst ja, ich lade nicht irgendjemanden ein, sondern Menschen, die auf ihrem Bereich absolute Top-Experten sind und Marktführer in ihrem Bereich. Und genau einen solchen im Bereich Vertrieb habe ich mir heute eingeladen. Alessandro Principe ist heute mein Gast, also einer der führenden Vertriebsexperten im deutschsprachigen Raum. Er hat eine eigene Vertriebsagentur, quasi extern, die deinen Vertrieb übernehmen. Er hat eine eigene Closer-Ausbildung. Er ist auch mit Möglichkeiten dabei, quasi extern eine CSO-Stelle darzustellen und auch mit seiner Dienstleistung dabei, quasi ein weltklasses Sales-Team für dich zu finden und auch aufzubauen, dass du dann dein eigenes hast. Also ich finde so die komplette Klaviatur an Dienstleistung und Consulting-Angeboten, wenn man Vertrieb optimieren will, ist man bei euch super aufgehoben. Und deswegen, Alessandro, will ich natürlich unbedingt über Vertrieb heute mit dir sprechen. Erstmal schön, dass du da bist und ja, ich sage immer so salopp zum Einstieg, bist du ready und hast du Bock? Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf und gute Vertriebler sind immer ready. Sehr gut. Alessandro, erzähl mal gleich zum Start für die, die dich nicht kennen. Ich habe es jetzt so ganz grob gemacht. Was machst du eigentlich mit deinem Team genau und wie bist du dazu gekommen? Ja, also ich selber bin, seitdem ich 15 bin im Vertrieb, jetzt bin ich 32. Mehr als die Hälfte meines Lebens bin ich im Vertrieb tätig. Damals habe ich in der Versicherungsbranche angefangen. Und das Ganze bis zum Jahre 2017 sehr erfolgreich auch durchleben dürfen. Und im Jahre 2017, da habe ich mich nach Veränderungen geschaut, habe dann auch dort in diesen Jahren sehr stark Persönlichkeitsentwicklung betrieben. Und im Jahre 2017 war es dann so, dass ein sehr, sehr guter Freund von mir gesagt hat, hey, du suchst ja gerade was Neues, du bist ja gerade so auf, ja, so ein bisschen, du findest dich gerade neu. Der hat dann gesagt, da ist ein Coach, der sucht einen Closer. Und ich kannte das Wort damals nicht so wirklich, weil ich war im Vertrieb, ich komme aus einem normalen Door-to-Do-Vertrieb, Kalterquise, ich sage mal, den normalen Vertrieb durchlebt. Und ziemlich kurz davor hatte ich mich damit beschäftigt, selber auch für meine damalige Dienstleistung Interessenten über das Internet zu gewinnen, die sich in meinem Klender eintragen. Dann habe ich damals mit diesem Coach das Gespräch gesucht und habe ihn als allererstes gefragt einmal. Das war Manuel Gonzalez. Kennst du Manuel Gonzalez? Ja, ich habe von ganz früher, also ich glaube, er ist ein bisschen untergetaucht, zumindest sehe ich mir so viel. Grüße ihn raus, falls du es siehst. Ich habe damals als Dienstleister auch seine ersten Events gemacht, seine Marketing-Events. Ach, mega, ja. Ja, und der Tobias Zulauf, der Geschäftsführer von UNEC Consulting, der jetzige Geschäftsführer, das ist der Geschäftsführer von UNEC Consulting, der hat mir gedacht, der Manuel sucht Closer. Dann habe ich gesagt, okay, alles klar, ich gehe mal zu dem. Dann bin ich zu Manuel gegangen, habe gesagt, der Manuel, was kann ich tun, um der beste Vertriebler zu werden, mit dem du zusammengearbeitet hast? Dann hat er gesagt, hey, wenn du 50 Prozent meiner Leads zu Kunden gewinnst, dann bist du gut. So, ich habe nicht 50 Prozent geliefert, sondern 90 Prozent. Und ich habe mir damals tatsächlich gedacht, das kann doch nicht so in Anführungszeichen einfach sein, Interessenten dazu bewegen, eine Kaufentscheidung zu treffen, die ihren Bedarf entspricht, weil das waren Interessenten, die bei mir im Kalender war. Ich kannte nur den Vertrieb, den vielleicht die meisten kennen, Dorfvertrieb, Kaltakquise, generelle Akquise jeden Tag zu machen. Und da kamen dann plötzlich Interessenten in meinen Kalender. Das fand ich mega cool. Das habe ich sehr, sehr gut gemacht. Der Manuel hatte damals eine Kooperation mit Thorsten Wittmann. Und dann habe ich für Manuel und Thorsten Wittmann geclosed und für beide gleichseitig. Und das habe ich dann so gut gemacht, dass ich das herumgesprochen habe. Dann kam Felix Henderson auf mich. Dann habe ich für Felix Henderson auch den Vertrieb gemacht. Dann kam danach der Ednazio auf mich zu. Für den habe ich dann auch den Vertrieb gemacht. Und dann damals sogar noch mit Fastlane auch zusammen kooperiert. Und habe dann da für vier, fünf, sechs Leute gleichzeitig den Vertrieb gemacht. Und da war der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, anscheinend ist hier in diesem Markt ein echter Bedarf. Und ich mache daraus einfach eine Dienstleistung. Hey, ich übernehme für Coaches, Berater, Berater und Dienstleister den Vertrieb. Das war so meine aus dem Bedarf entwickelte Dienstleistung. Habe mich dann gefragt, was brauche ich dafür? Ich brauche Personal, die diese Fähigkeit genauso ausüben können wie wir. Habe also dementsprechend die Closer Academy gegründet. Habe dann Leuten beigebracht, wie sie hochpreisige Produkte, wie sie es erlernen, hochpreisige Produkte zu verkaufen. Und habe ihnen danach angeboten, bei mir zu arbeiten. Und dann kam mehr oder weniger der Durchbruch mit großen Brands, in denen ich zusammenarbeiten durfte. Ich durfte mit Alex Fischler zusammenarbeiten, mit der Gedanken tanken, also die heute Greater heißen. Und ganz viele andere Marktführer. Und habe dann irgendwann gemerkt, ich kann nicht für alle den Vertrieb machen. Aber es gibt einen Riesenbedarf an Vertriebspersonal, die anscheinend irgendwie meinen Qualitätsstandard mitbringen sollen. Und habe dann angefangen, okay, ich kann nicht den Vertrieb für euch machen, aber ich kann Personal vermitteln. Also habe ich angefangen, ausgebildetes Personal zu vermitteln. Als ich dann vermittelt habe, kam immer ganz häufig die Rückmeldung von den Unternehmen. Hey, kannst du uns helfen bei den Strukturen, bei den Abläufen, bei den Prozessen, bei den Systemen? Die Vertriebe haben auch diese Rückmeldung gegeben. Und so ist dann dazu gekommen, dass wir gesagt haben, alles klar, wir vermitteln jetzt Leute und wir helfen als externer CSO, also als externer Vertriebsleiter dabei, die Strukturen, die Systeme, die Prozesse und Abläufe, Skripte so aufzubauen, dass ein Vertriebler auch performen kann. Also den Rahmen mitzugeben, die Karosserie aufzubauen, ein tolles Auto zu bauen, damit der Fahrer, der Vertriebler auch das Auto entsprechend fahren kann. Ja, und so ist es zu dem gekommen, was wir heute tun. Ja, ich finde das ein super sinnvolles Produkt und Dienstleistung und Beratungsportfolio, was ihr da habt. Ja, und ich glaube, dass da jeder Bedarf gestillt werden kann. Lass uns mal so ein bisschen in deine eigene Vertriebserfahrung reinspringen, bevor ich dann dich auch nicht nur als Vertriebler, sondern auch als Unternehmer so ein bisschen beleuchten möchte. Weil du bist ja mittlerweile viel mehr als ein Vertriebler, ohne das jetzt abwertend zu meinen. Ich finde, die Vertriebler sind die wichtigsten Menschen in jedem Unternehmen. Aber natürlich so Angebote zu stricken und dann auch zu führen und alles, was dazu kommt, ist ja dann irgendwann mehr als Verkauf, sondern wirklich Unternehmensführung. Das möchte ich auf jeden Fall mit dir auch nochmal klären, wie du das skaliert bekommen hast. Und gleichzeitig möchte ich aber zuerst für alle, die zuhören, wirklich nochmal Sales-Know-how aus dir rausziehen. Was war für dich, vielleicht, ich mag es ganz gern, so in Storys einzutauchen. Gibt es für dich so einen ungewöhnlichsten Verkauf, den du je abgeschlossen hast? Irgend so was, was gesagt, jetzt hätte ich nie gedacht, dass das so funktioniert und es hat dann trotzdem geklappt. Also gibt es etwas, was du so kategorisieren würdest? Also ja, wahrscheinlich einer der ersten Closes, die ich in dieser Hochpreisindustrie, im Hochpreisvertrieb abschließen durfte. Das war nämlich, ich habe ein Beratungsgespräch geführt über 45 Minuten per Telefon. Es ging ein Angebot raus per E-Mail, also nicht mehr wirklich ein Dokument, es ging ein Angebot raus per E-Mail. Das Interessante habe ich dazu bewegt, das Produkt kaufen zu wollen. Das Angebot ging raus per E-Mail, das war damals noch in den Anfangsschuhen der ganzen Branche noch nicht so mega professionell. Und der Interessante hatte dann kein Online-Banking. Und dann habe ich dir gesagt, das ist klar kein Problem, dann begleite ich dich jetzt zur Bank. Ich bleibe am Telefon dran, dann lass uns da gerne auch drüber sprechen, weil ich habe vorher herausgefunden, die Bank ist nicht so weit entfernt. Der ist dann zur Bank gegangen und hat am Bankschalter überwiesen und mir den Überweisungsbeleg dann auch per Foto geschickt. Und das war so mit einer der ersten Momente, wo ich gedacht habe, okay, krass, das war so einer meiner ersten Closest. Jetzt hat jemand wirklich 5.000 Euro innerhalb von 45 Minuten überwiesen. Logischerweise ein Produkt, das ihm auch wirklich hilft. Die sprechen immer vom bedarfsgerechten Vertrieb, immer Produkte, die dir wirklich Mehrwert liefern und Menschen dabei helfen, sich zu entwickeln und positiver für ihr Leben auszuzahlen. Das war für mich so einer der ersten Momente, okay, crazy, es funktioniert. Mega, was hast du daraus gelernt? Also was war das große Learning, außer es funktioniert? Zum Beispiel, dass du auch gesagt hast, ey, ich bleibe dran. Ist das irgendwie etwas, wo du sagst, das würdest du so empfehlen? Also lass die Leute, also offene Frage, ich weiß es nicht, ich bin kein Vertriebsexperte, lass die Leute dann nicht so einfach dann wieder raus, weil dann springen die vielleicht doch noch ab. Also war das so dranbleiben, war das ein Learning für dich? Das war das Learning, in dem Moment war es nicht das Learning, sondern das Learning war in dem Moment, dass Verkaufen, wenn man es verstanden hat, wie man ein Vertrauen für sich gewinnen kann, also sich selber als Produkt, weil das wichtigste Produkt ist nicht das Produkt, das ich verkaufe, sondern ich selber bin das wichtigste Produkt, wie ich mich verkaufe, wie ich es schaffe, dass ein Mensch mich kauft. Wenn ich das geschafft habe, dann kann ich im Prinzip fast alles Menschen verkaufen. Deswegen ist es auch so eine verantwortungsvolle Position. Ich bin sogar der Meinung, es sollte einen Closer-Schein geben, wie so einen Waffenschein, dass man das nur ausüben kann, wenn man moralisch, ethisch korrekte Produkte verkauft und Menschen auch wirklich hilft. Das war so das Ding. Und für alle, merkt euch einfach eine Sache, jeder Mensch, mit dem ihr mit euch spricht, darüber zu sprechen, etwas zu tun und über Ziele oder Probleme zu sprechen, ist Komfortzone. Sobald es in die Handlung gehen muss, spricht man davon, dass man die Komfortzone verlässt. Nach der Komfortzone folgt die Angstzone, nach der Angst die Lernzone, nach der Lernzone die Wachstumszone. Auf dem Weg von der Komfort in die Wachstumszone ist eine Zone, das ist die Angstzone. Und das ist die Zone, die Menschen einfach überlegen lässt, soll ich das wirklich tun, was ist, wenn es nicht funktioniert, das sind die sogenannten Vorwände oder Einwände. Und genau das ist unser Job, Menschen dabei zu verhelfen, die Komfortzone zu verlassen, nämlich die Ängste verstehen, ihnen dabei verhelfen, die Ängste zu lösen, Vertrauen zu haben, in die Wachstumszone zu gehen. Weil ein Mensch hat immer zwei Optionen. Er folgt seiner Angst, es ändert sich nichts. Es bleibt alles so, wie es ist und in der Regel werden die Probleme nicht kleiner, sondern größer. Zweite Option ist, man handelt trotz der Angst, man sagt ja auch so metaphorisch, auf der anderen Seite der Angst wartet der Erfolg. Genau das machen wir im Sales, wir helfen Menschen dabei, in die Wachstumszone zu gehen, um eine bessere Version von sich selbst zu kaufen, um zu einer besseren Version zu werden. Und das ist dieses Dranbleiben, es geht gar nicht um den Kloß, es geht gar nicht um den Umsatz, es geht darum, den Menschen zu entwickeln. Und wenn ich das in den Vorderungen stelle, die Entwicklung des Menschen, fällt es mir gar nicht schwer, weil ich es verstehe, dass eine Angst bei Entwicklung da ist, den Menschen zu helfen, die Komfortzone zu verlassen, um neue Ergebnisse ins Leben anziehen zu können. Ja, mega cool. Danke, dass du das so auch psychologisch runterprichst, vielleicht genau darum geht es ja auch im Vertrieb, um den Menschen selbst. Du hast jetzt von ethnischen Verkaufen gesprochen und diesen Waffenschein, ich finde das eigentlich ganz treffend, diesen Begriff. Was ist, definier mal für dich, ethnisches Verkaufen, wo hört das dann auf? Also ethisches Verkaufen ist für mich alles, was mit Bedarfsgerecht zu tun hat, also was den Bedürfnissen meines Interessenten entspricht. Alles, was meinem Interessenten hilft, sein Problem zu lösen und seine gewünschten Ergebnisse zu erzielen, ist in meiner Realität ethisch korrekt, weil es ein Produkt ist, was mein Interessent wirklich braucht. Man sagt ja auch so schön, Menschen hassen es, etwas verkauft zu bekommen, aber sie lieben es, etwas zu kaufen. Wann kaufen wir, wenn wir das Gefühl haben, hey, das löst mein Problem und das zahlt auf meinen Wunschzustand ein. Und das ist für mich ethisches, korrektes Verkaufen. Menschen nur etwas anzubieten, was dir noch wirklich hilft, von A nach B zu kommen, was einem Menschen dazu verhilft, eine positive Entwicklung im Leben zu haben. Aber alles andere ist in meiner Realität nicht ethisch verkaufen oder Produkte zu verkaufen, die es nicht gibt. Ja, bei Google Wall Street, jeder feiert den Film, den Film feiern wir alle, der ist ganz cool, aber das, was da gemacht wurde, ist zum Beispiel nicht ethisch korrekt. Es wurden Aktien gekauft, die es nicht gab. Also verkauft einfach Menschen keine Produkte, die ihnen schaden, verkauft Menschen ausschließlich Produkte, die ihnen helfen und wirklich Mehrwert liefern und wirklich das Problem dieser Interessenten löst, weil wir haben eine Riesenverantwortung. Wir reden mit Menschen und nicht mit einer Künstlichen Intelligenz. Menschen haben durch uns eine Schlüsselveränderung im Leben und die Veränderung haben wir als Vertriebler in der Hand. Entweder ist das eine negative Erfahrung oder eine positive Erfahrung. Und das Problem geht weiter, wenn man in zweiter, dritter Generation irgendwie weiterdenkt. Wenn jemand eine schlechte Erfahrung sammelt, was macht er? Der zählt weiter. Vertrieb, alles schlecht oder ich habe schlechte Erfahrungen gesammelt. Kauf keine Coachings, kauf keine Weiterbildung. Das hören die Kinder. Die Kinder haben diesen Glaubenssatz, das hören wieder deren Kinder und so weiter. Das ist ein Glaubenssatz, der wirklich in zweiter, dritter Generation weiterlaufen kann. Und dieser Verantwortung muss man sich bewusst sein. Ich will, dass Menschen nach meinem Beratungsgespräch sagen, hey, danke, danke, dass ich Kunde werden darf. Danke, dass du mir geholfen hast. Danke, dass du mich motiviert hast. Danke, dass ich mich entwickelt haben darf. Das sind die Dinge, die wir hören sollten als Vertriebler. Mega cool. So, ein bisschen provozierende Frage. Und zwar, ich habe schon super oft diese Aussage gehört, ein externer Vertrieb funktioniert nicht. Ihr seid der offensichtliche Beweis, dass es doch funktionieren kann. Warum funktioniert es bei euch nicht und bei vielen, vielen anderen anscheinend, äh, warum funktioniert es bei euch und bei vielen, vielen anderen nicht? Ja. Was ist dein Gefühl? Warum sind viele externe Vertriebsagenturen nicht brauchbar? Also, ich glaube, das hat auch etwas mit Moral zu tun. Also, wie tickt man selbst? Und ich weiß, wie wertvolle Leads zum Beispiel sind. Und ich messe mich ausschließlich an Ergebnissen. Ähm, man sagt ja auch immer so schön, Dienen kommt, äh, Verdienen kommt von Dienen. Und auch meine erste Kooperation, ich habe nicht gefragt, wie Geld kann ich verdienen, sondern, was muss ich hier liefern? Was kann ich für Ergebnisse produzieren? Sodass du sagst, ich bin dein Wunschpartner. Ich glaube, dass das etwas ist, worauf wir uns auch fokussieren. Wir wollen tolle Ergebnisse erzielen, weil ich mich da dann messe, ähm, an den Ergebnissen. Und mir ist mein Ruf extremst wichtig. Ich will, dass Leute nicht sagen, ja, das war eine schlechte Erfahrung mit AP, mit Alessandro, sondern es war eine tolle Erfahrung. Ich glaube, das ist das Erste. Das Zweite, wir leben halt den Vertrieb. Oder zumindest ich als Kopf, ich lebe den Vertrieb. Ich kann mir nichts anderes vorstellen als Vertrieb. Ähm, und wenn ich ein Unternehmen habe, das ein Produkt mehr liefert, dann, ähm, tun wir auch alles Erdenkliche daran, das Produkt so gut es geht, an Kunden zu kaufen, die danach glücklich sind. Und ich glaube, drittens, wir sind extremst strukturiert und prozessiert und systematisiert. Es ist alles systematisiert, es ist alles prozessiert, weil ich gelernt habe, dass Talent schwierig skaliert, aber System skaliert. Und ich habe mich so gut es geht systematisiert. Mega cool. Was ist ein guter Vertrieb, ein gutes Vertriebssystem, also was sind so die Basics, ohne dieses, diese Bausteine in einem Vertrieb funktioniert gar nichts. Also wir müssen jetzt nicht in die Tiefe gehen, ähm, aber was sind so die Grundbasics, die man im Vertrieb und in der Vertriebsführung richtig machen sollte, um ein richtig gutes System zu haben? So, erstmal das Meinung nach zum Vertrieb, weil wenn der Vertrieb nicht gut funktioniert, dann verwehre ich Menschen, die sich dafür interessieren, meine Produkte zu kaufen, verwehre ich ihnen die Möglichkeit, meine Produkte zu kaufen, also ihnen meine Hilfe anzubieten. Heißt, wenn ich keinen guten Vertrieb mache, dann ist es irgendwo unterlassene Hilfeleistung und ich schade vielleicht sogar vielen Interessenten, wenn sie meine Produkte nicht kaufen. Weil wenn ich von meinem Produkt überzeugt bin, weiß ich, was ich kann und was ich liefern kann. Ich weiß aber nicht, was andere machen. Heißt, es sollte mein absolutes Interesse sein. Je mehr Menschen ich helfe, desto mehr Geld verdiene ich logischerweise. Erstmal das generelle Mindset zum Vertrieb. Vertrieb ist etwas Gutes, es ist etwas, was anderen Menschen hilft und es ist etwas, was unabdingbar ist im Unternehmen, ohne Käufe, kein wirtschaftlicher Zufluss, keine Berechtigung als Unternehmen zu existieren. Das heißt, erstmal das Mindset zum Vertrieb. Vertrieb ist die wichtigste Position, die wichtigste Rolle im Unternehmen. Zweitens, generell zu schauen, dass ich so viele Dinge, wie es geht, versuche zu systematisieren. Was heißt das? Zum Beispiel Verkaufsgespräche lassen sich super systematisieren in Form von Verkaufsleitfäden. Also, dass man halt anfängt mit Skripten zum Beispiel zu arbeiten. Das ist die erste Systematisierung. Die zweite Systematisierung ist, dass man nicht denkt, ein Vertriebler, der soll einfach alles machen, der soll einfach dafür sorgen, dass der Umsatz generiert. Das wäre so, als würde ich eine Fußballmannschaft entwickeln wollen und einfach nur Fußballer suchen. Das, was ich suche, sind entweder Abwespieler, Mittelfeldspieler oder Stürmer. Und mein Vertrieb im Prinzip, in diese drei Abteilungen aufzubauen, derjenige, der das Opening macht, respektive die Akquise oder die Kältestenbeads bearbeitet und den darauf trainiere, darauf spezialisiere. Den Setter, derjenige, der die Qualifizierungsgespräche führt, die entweder vom Opener zum Setter kommen, der einfach schaut, können wir diesem Interessenten helfen? Passt seine Erwartungshaltung zu uns? Hat er den Bedarf? Wollen wir ihm helfen? Das ist der Setter. Im Fußballbild wäre das der Mittelfeldspieler, der Opener, der Abwespieler. Der Abwespieler spielt zum Mittelfeldspieler, der Mittelfeldspieler zum Stürmer. Das ist der Closer. Der hat dann die volle Verantwortung dafür, weil der Interessent ist vorbereitet. Da wurde der Bedarf erkannt. Das ist der Entscheider. Der hat das Geld. Der kann und will Zeit nach starten. Der will auch was verändern. Der hat die zeitliche Kapazität, wenn notwendig. Und er kann sich das Ganze auch leisten. Und das Geld ist auch abrufbar. Das wurde alles schon vorbereitet. Der hat jetzt die Aufgabe, den Interessenten zum Kunden zu gewinnen. So, dass man erstmal anfängt, auch in Kategorien zu denken im Vertrieb. Dass man den Vertrieb mehr zu einer Fabrik entwickelt, zu einem Fließband entwickelt. Der Opener macht die Opening-Aktivität. Der Setter macht die Set-Aktivität. Und der Closer macht die Closer-Aktivität. Dann noch zwei Sachen, die ich immer unbedingt mit einbinden würde. Was will ein Vertrieb, ein Unternehmen? Ein Vertrieb, der will persönlich und finanziell wachsen können. Was kann man dafür tun? Den Menschen fördern und fordern. Was heißt das? Jeden Tag zum Beispiel, so haben wir es. Jeden Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag gibt es einen sogenannten Daily Huddle. Der geht um die 30 Minuten. Da wird mit dem Vertrieb geschaut, was steht heute an? Was sind die heutigen Ziele? Gab es gestern Herausforderungen? Brauchst du irgendeine Unterstützung? Und dann immer noch eine Call-Analyse. Also erstmal zu systematisieren, die Fehler in meinem Vertrieb zu minimieren. Das kann man mit so einem Daily Huddle perfekt machen, weil man sofort Engpässe wird. Dann zweitens, wir haben Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Training. Es muss systematisiert sein, in meiner Realität, wie in einer Fußballmannschaft. Bei Toni Kroos wird jetzt auch nicht oft Pass zu spielen oder zu trainieren, nur weil er jetzt ein sehr guter Passspieler oder Flankengeber ist. Er trainiert die Basics. Ihr solltet im Vertrieb mehrmals die Woche, wir haben Montag bis Donnerstag Training, die Basics im Sales trainieren. Weil die besten Vertriebler sind nicht diejenigen, die die krassesten Tricks haben, sondern die die Basics und der Sales Skill an sich tausende Male wiederholt haben. So, dann noch der letzte Punkt. Ich würde nie ohne KPI-Tabellen, ohne Tracking, nie einen Vertrieb führen und leiten. Ich entscheide ausschließlich anhand von Zahlen, was im Vertrieb gerade nicht gut läuft und was gut läuft. Und steuere meinen Vertrieb ausschließlich von KPIs. Wenn du willst, kann ich die KPIs noch nennen, für mich so die wichtigsten. Oh ja, unbedingt. Unbedingt, ja. In der Kaltakquise zum Beispiel angefangen, wenn angenommen, es wäre eine Kaltakquise, also man ruft wirklich Kalt-Leads an aus dem Telefonbuch. Keine Inbound-Leads, sondern kalte Leads an. So, in der Opening-Abteilung gibt es einmal Kaltakquise und Presetting. Einmal diese Unterscheidung. Kaltakquise sind wirklich ganz kalte Leads. Presetting, das sind Leads, die sich zum Beispiel einen Videokurs heruntergeladen haben oder ein Buch oder ein DMC-Report oder irgendetwas. Sie haben schon Interesse bekundet, haben aber nicht gesagt, ich möchte gerne beraten werden zu Produkt X oder Y. So. In dieser Abteilung gibt es in meiner Realität folgende KPIs, die wichtig sind, nämlich die Brutto-Wähl-Versuche, die Netto-Wähl-Versuche, die Anzahl der Gatekeeper, mit denen man gesprochen hat, die Anzahl der Gespräche, wo man es geschafft hat, von Gatekeeper zum Entscheider zu kommen und die Anzahl der Termine, die man gelegt hat, im Verhältnis Entscheider zu Termin gelegt. So Brutto-Wähl-Versuche, zu Netto-Wähl-Versuche, die sogenannte Erreichbarkeitsquote, die sollte je nach Branche immer mindestens bei ungefähr so 30% plus legal. Beispiel, die Gatekeeper zu Entscheiderquote, also mit der Sekretärin, mit der Vorzimmerdame gesprochen zu haben, an den Entscheider durchgekommen zu sein, sollte bei 50% plus liegen und die Terminierungsquote von Entscheider zu Termin gelegt, die sollte bei 30% plus liegen. Das sind dann so Normen, je nach Branche gibt es nach oben und nach unten Korrekturen, sollte das bei kalten Leads der Fall sein. Bei Presetting, recht ähnlich, da ist in der Regel die Erreichbarkeitsquote, weil die Rufnummer ja von den Interessenten uns gegeben worden ist, höher. Da kann sie bei 60% liegen, teilweise mehr oder auch ein bisschen geringer, alles andere bleibt ungefähr gleich. Da ist auch ein Unterschied, nämlich sind in der Regel nicht die Gatekeeper, die am Telefon gehen, sondern direkt der Entscheider, weil der das Dokument in der Regel runtergeladen hat. So, das sind so die wichtigsten Quoten. So, jetzt alles, was ich als Opener schaffe, Setting-Termine zu legen. So, diese Wahrnehmungsquote, die sollte mindestens bei 70% plus sein. Von den gelegten Terminen, die ich lege, die Terminierungsquote aus der Calder-Quiz oder Presetting, sollte mindestens 70% plus sein. Die daraus resultierende Anzahl der Personen, die auch wirklich qualifiziert sind für das eigentliche Produkt, die sollte 20% plus sein. Wenn man das so erstmal im Blick hat, dann hat man schon mal einen guten Fahrrad. Alles klar, wo muss ich korrigieren? Wo darf ich nachjustieren? Was läuft nicht gut und was läuft gut? Das sind alles Indizien. Was man daraus macht, ist noch was anderes. Es gibt immer einen Maßnahmenkatalog pro KPI. So, aber das wird wahrscheinlich zu tief gehen. So, Setting-Calls, wenn ich jetzt Setting-Gespräche führe, also ein Vorgespräch, in dem ich herausfinde, können wir denen helfen, wollen wir denen helfen, wenn man denen helfen kann, ein Beratungsgespräch zu legen. Die Anzahl, wenn ich jetzt Beratungsgespräche lege als Setter, die Wahrnehmungsquote aus den gelegten Closing-Calls, die sollte 80% plus sein und die erzeugten Verkäufe von meiner Leistung als Setter, also die Closes, die durch die Setter-Leistung entstanden sind, sollte mindestens bei 65% oder auch mehr, je nach Produkt, aber da um den Dreh liegen. So, wenn ich diese Quoten da im Blick habe, habe ich auch schon mal viel mehr verstanden als viele andere. Und beim Closer gibt es eigentlich nur zwei Quoten, die mega wichtig sind, nämlich die Closing-Quote, und zwar die Closing-Call-1-Quote, also in dem ersten Beratungsgespräch, die sollte bei 75% plus sein, je nach Zielgruppe manchmal 70% plus, 80% plus, aber ungefähr da. Und die Paid-Rate, also die Höhe der ersten Rate, die ich abschließe als Vertriebler, die sollte idealerweise bei 50% plus sein. Und wenn ich das im Griff habe, wenn ich darauf gucke, als Vertriebsleiter oder Unternehmer, was der Vertrieb macht, dann habe ich schon mal viel Kontrolle und kann bewusst steuern. Ja, voll, ich sage auch immer, was nicht gemessen werden kann, kann nicht verbessert werden. Und danke, ehrlich ernst gemeint, Alessandro, für dieses transparente Reinschauen, so ein bisschen unter die Motorhaube deiner Vertriebsführung und Vertriebs-KPIs. Sehr, sehr spannend. Also lass uns doch, wenn wir schon so tief einblicken dürfen, lass uns doch gerne gucken, was Vertriebsstrategien sind. Oder was hat sich ein bisschen auch verändert? Ich finde schon, dass der Markt so ein bisschen im Wandel ist, auch vor allem dieser Coaching-Markt. Du siehst ja in den Abschlüssen, was funktioniert und was nicht. Was würdest du sagen, sind Vertriebswege, Vertriebsjourneys, wenn du so willst, die heutzutage gut funktionieren? Also du sprichst über Opening, Setting, Closing. Hast du zum Beispiel Erfahrung gemacht, ja, dieses Webinar-Leads-Thema funktioniert nicht mehr oder dieses Report-Leads-Thema funktioniert nicht mehr? Also was sind so die Einflugschneisen, wo du sagst, das ist für einen Vertriebler eigentlich der beste Weg, damit zu arbeiten? Boah, es fällt mir sehr schwer, das zu pauschalisieren, weil es kommt ganz auf das Produkt drauf an, es kommt ganz auf die Brand drauf an, es kommt ganz auf die Zielgruppe drauf an. Es funktioniert bei der einen Zielgruppe, zum Beispiel verkaufen Steuermentorings zum jetzigen Zeitpunkt für eine Zielgruppe, da funktioniert für einen Partner, da funktioniert zum Beispiel gerade Webinar am besten. Dann verkaufen wir bei einer anderen Zielgruppe Immobilientraining oder Immobiliencoachings, da funktioniert gerade ein Auto-Webinar, also kein Live-Webinar, sondern VSL-Online-Training gerade am besten. Dann bei einer anderen Zielgruppe, wo es darum geht, finanzielle Intelligenz zu entwickeln, da funktioniert gerade der beste Weg, sind Bücher zum Beispiel. Bücher einzuholen, dann telefoniert der Vertrieb da die Buchleads an und versucht Beratungsgespräche zu legen. Das kann man so nicht pauschalisieren, finde ich an meiner Beobachtung. Sehe ich im Übrigen genauso. Also ich bin nicht auf der Vertriebsseite, aber ich mache ja auch das, was du machst, nur auf der Marketing-Branding-Ebene. Wir bauen ja Marken auch im Hintergrund mit auf, die wenigsten wissen das. Und das ist genauso. Also auch da muss jede Brand individuell angeschaut werden, die Zielgruppe, das Offer und dann dafür der passende Funnel, beziehungsweise auch meistens mehrere, dann erstellt werden. Jetzt ist eine Dienstleistung auch von dir, das ist ja eigentlich so in diesen vier Kategorien bei dir zu denken und in der einen geht es darum, dass ihr wirklich helft, auch ein Sales-Team aufzubauen, zu finden. Und das höre ich immer wieder von Unternehmern, ich finde keine Vertriebler. Wie kriegt ihr das hin, Vertriebler zu besorgen für Leute? Ich glaube, zum einen haben wir den Vorteil, wir haben unsere Akademie. Und die Akademie, die platziert dieses Ding, Vertriebler werden, als Möglichkeit erfolgreich zu werden. Möglichkeit, viel Geld im Leben zu verdienen. Möglichkeit, Anerkennung zu bekommen. Möglichkeit, Wertschätzung zu bekommen. Möglichkeit, eine Wichtigkeit zu haben in Unternehmen. Das sind so die meisten, ich sage mal recht stumpfen Benefits einer Karriere als Closer. Und die legen wir natürlich in den Vordergrund. Ich glaube, da dürfen sich vielleicht die ein oder anderen Unternehmer mehr trauen, mehr so die Opportunity im Vertrieb in den Vordergrund zu stellen, als dass die sagen, hey, du willst hier einen Job und keine Ahnung, du hast hier Sicherheiten und wir sind eine coole Firma. Ich würde gucken, was interessieren coole, gute Vertrieblertypen? Und in meiner Realität sind die Interessen eines Vertrieblertypen, ich will Karriere machen, ich will mich entwickeln können, ich brauche das Potenzial hier auch irgendwie gut Geld verdienen zu können, ich habe Bock, Gas zu geben, ich will ein cooles Umfeld haben und ich will einen coolen Verein haben, in dem ich spielen kann. So, wenn ich darauf mehr Acht gebe, in meinen Werbekampagnen, die ich versuche, Vertriebler zu generieren, mehr das Erfolgreichwerden in den Vordergrund zu stellen, glaube ich, dass es besser funktionieren kann. Okay, für die meisten daraus. Okay, cool. Hast du ein Muster erkannt von den Vertrieblern, die richtig gut performt haben? Also waren das, jetzt mal ganz, ganz komisch, waren das irgendwie Jungs, die in ihrer Jugend viel Sport gemacht haben? Waren das Menschen mit Immigrationshintergrund? und so weiter und so fort. Also gibt es ein Muster, was du erkannt hast von Persönlichkeitstypen, wo du gesagt hast, das sind meistens, nicht pauschal immer zu beantworten, aber das sind meistens die Art von Menschen, die am besten performt haben am Ende des Tages. Also es gibt da tatsächlich eine Gemeinsamkeit von den Personen, also Personen, was sie für eine Vita haben. Meistens ist es, die sind Leistungssportler gewesen oder sind Leistungssportler, die mögen die Competition. Dass dann die Berufsgruppe Soldaten oder Beamten und Sport, also Beamte, Soldat, also für Beamte kann ja viel sein, aber Soldat oder Polizist zum Beispiel, da hat sich gezeigt, die sind einfach schon gewohnt diszipliniert zu sein. Die sind einfach gewohnt ordentlich zu sein, die geben Gas, die haben Bock außerhalb der Komfortzone und sind bereit diszipliniert zu sein. Bereit außerhalb des Tellerrandes zu schauen. Da hat sich eine Gemeinsamkeit ergeben und ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, Personen, die vielleicht eine schwerere Vergangenheit hatten, die sich durchkämpfen mussten, durchboxen mussten, die von nichts gekommen sind, so wie ich zum Beispiel oder ich meine, bei dir ist es ja auch ähnlich, wir haben nichts gehabt in Form von finanziellen Reichtum, wir haben Liebe bekommen, zumindest kann ich davon bei mir sprechen, ich habe eine tolle Familie gehabt, habe aber keinen finanziellen Ruhm gehabt oder keine finanziellen Problemärger. So und wenn diese Kombination da ist, dann hat man schon mal gute Karten und dann ist das ein guter Avatar. Wir haben aber auch bei uns vier Akademiker, die bei mir im Vertrieb arbeiten. Der eine hat irgendwie Maschinenbau studiert, studiert, der andere hat BWL studiert, der andere hat auch BWL studiert und der andere weiß ich jetzt gar nicht mehr glaube ich für Finanzökonom oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall sind die Leute, die auch studiert haben, die Leute schon mal was durchgezogen haben, das ist ja wieder eine andere Kategorie und Leistungssport betreiben und Bock auf Vertrieb haben, das waren bisher so die Leute, mit denen wir am meisten Spaß haben. Aber das Wichtigste, du hast ja gefragt, was macht den erfolgreichen Vertriebler aus, ist das, wie er denkt. wie sein Sein ist. Er muss Bock haben, Hunger zu haben, er muss Bock haben, außer der Komfortzone zu arbeiten, er muss Bock haben, kontinuierlich zu arbeiten, er muss Bock wirklich haben, Gas zu geben, er muss Bock haben, sich zu verändern, sich zu entwickeln. Die Vertriebler, die das beste Mindset haben, die daran täglich arbeiten, die Lust haben, zu der besten Vision ihrer selbst zu werden, die sich quasi wie so ein Avatar sehen, jetzt habe ich gerade Level 1 und mein Ziel ist, Level 100 zu erreichen, dafür ist eine Sache notwendig, meinen Avatar zu entwickeln. Jeden, die Lust haben, man reflektiert, an ihrer Persönlichkeit zu arbeiten, die werden erfolgreiche Vertriebler, weil ich kann dir ein Skript geben, oder jetzt nicht dir als Beispiel, aber Vertriebler A und B, einer arbeitet nicht an seinem Mindset, arbeitet nicht an seinem Denken und der andere, der arbeitet ausschließend an seinem Denken. Derjenige, der an seinem Mindset arbeitet und weniger Skillset hat, wird besser sein, als derjenige, der kein gutes Mindset hat und mehr Skillset hat, weil die besten Vertriebler sind eine Inspiration. Wenn du erfolgreich werden willst, generell im Leben meiner Meinung nach, oder erfolgreich auch im Vertrieb, versuche zu einer eigenen Inspiration zu werden, versuche zu dieser Person zu werden, zu der du selber aufschauen würdest und dazu bedarf es, ständig in der Wachstumshinne zu sein, eine neue Identität zu entwickeln. Es heißt Sein, Tun, Werden. Unsere Eltern haben uns immer gefragt, was willst du mal werden? Du kannst aber nichts werden, wenn du nichts bist. Du musst bereits jetzt schon so denken, wie die Person, die du werden willst, um die Person werden zu können. Ronaldo ist im Waldlauf gelaufen, bevor er Fußballprofi war. Er hat nicht gesagt, wenn ich Profi bin, laufe ich, trainiere ich mehr. Er ist mehr trainiert, mehr gearbeitet und es ist dann geworden. Und die Vertriebler, die das in den Fokus stellen, ihre eigene Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, Ziele definieren, die Vision zu definieren, die eigene beste Version ihrer selbst zu definieren. Das sind in meiner Realität die Vertriebler, die langfristig sehr erfolgreich sind. Cool. Danke fürs Aufbrechen. Und Ronaldo ist ein gutes Beispiel. Ich muss auch zugeben, ich bin ja auch Ronaldo-Fan, aber mein Kindheitsheld. Und was ich, ein spannendes Beispiel, was ich fand, mit diesem Beispiel von, du musst es sein, um es dann auch wirklich werden zu können. Dieses Spiel von Ronaldo mit 17 oder so bei Sporting in Lissabon gegen Manchester United, wo sie ihn direkt danach mitgenommen haben zu Manchester United, nach diesem Freundschaftsspiel. Ich habe mir das Spiel bestimmt schon drei, vier Mal komplett angeschaut. Ja. Weil ich nicht darauf klarkomme, dass dieser 17-jährige Hosenscheißer schon die gleiche Attitude hat, die gleiche Aura und Ausstrahlung wie dieser heutige Milliardär und einer der größten Fußballer aller Zeiten. Du hast schon gespürt, der ist selbst schon, er ist das schon, ohne es dann wirklich in der Realität schon faktisch zu sein. Ich glaube, das ist sehr, sehr spannend. Was passiert mit Menschen, die dann auf einmal anfangen, ordentlich Geld zu verdienen im Vertrieb? Hast du da schon einige Storys erlebt, die dann auch ein bisschen durchdrehen und sagen, oh, jetzt verdiene ich richtig Kohle und drehe jetzt durch und verliere so ein bisschen die Bodenhaftung? Ja, da kann ich zu sagen, ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass ich meiner Frau und meine Kinder habe. Die haben mich einfach sehr früh, sehr schnell reif gemacht. Ich will das halt nicht animieren, dazu Kinder zu machen und irgendwie loszulüsen. Aber der Reifegrad hat mich davon abgehalten, mein Geld sinnlos rauszubauen. Weil das sehe ich bei sehr vielen Vertrieblern, die jetzt anfangen, irgendwie Geld zu machen, 20.000 Euro zu verdienen oder 30. Dann gibt es zwei Probleme. Sie verlieren, hören auf, das Schüler-Mindset zu behalten. Also in meiner Realität ist der beste Meister immer der beste Schüler. Er hört immer zu und hat Lust, sich weiterzuentwickeln und weiß, dass er eigentlich nichts weiß, weil das da noch sehr viel da ist. Und zweitens begeben sich viele Vertriebe in eine sehr unvorteilhafte Verhandlungsposition, weil sie jetzt denken, hey, Robin, ich bringe dir das Geld hier nach Hause, ich will jetzt doppelt die Provision. Also eine Gierfrist. Und hören auf, nachhaltig zu denken. Das sind so die zwei größten Probleme. Dann fallen sie einmal hin und dann sind sie wieder gerade und verstehen das, worauf es ankommt, nämlich Loyalität, Langfristigkeit, Nachhaltigkeit und ständige Entwicklung. Weil wir erwarten ja von unseren Interessenten auch genau das, dass sie sich entwickeln, indem sie ein Produkt kaufen. Ich kann von meinen Interessenten nichts erwarten, in meiner Realität authentisch. Ich kann es versuchen zu erwarten, aber es wird mir viel schwerer, ein Bände zu lösen, als wenn ich es selber ständig vorlebe, in der Entwicklung zu sein, in die Wachstumsstücke zu gehen, eine Inspiration zu sein, ständig daran zu arbeiten, eine bessere Version von mir selbst zu werden. Wenn ich das selber vorlebe, immer und immer wieder, dann haben genau diese Personen fast nie Einwände. Sie haben keine Einwände, weil der Mensch kauft dich und das kannst du nur authentisch machen, wenn du selber vorlebst. Und das ist genau einer der größten Fehler, den viele Vertriebler machen. Ja, und vielleicht ein letzter Punkt. Es interessiert niemanden, einmal 10k verdient zu haben oder zweimal 20k gemacht zu haben. Die Kontinuität ist entscheidend. Italien, haben wir eben über Italien geredet, die wohnen Europameis interessiert keinen Mensch mehr. Wenn du jetzt aufhörst, gut zu sein oder besser werden zu wollen, hast du aufgehört, gut zu sein. Jeder Tag beginnt bei 0 zu 0. Die Liga geht von Januar bis Dezember. Und im Dezember wird geschaut, habe ich meine Liga gewonnen, habe ich meine Ziele erreicht? Bin ich der erste Platz geworden? Kann ich Champions League spielen? Das ist die Kontinuität, die ich meine, die Fielde vergessen und die Liga ins Auge zu nehmen und nicht das einzelne Spiel. Ja, voll. Und jeder Monat fängt auch dann wieder bei 0 an. Und wenn wir in der Fußballmetapher bleiben, bist du immer nur so gut, wie dein letztes Spiel gewesen ist. Also finde ich mega, wie du das auch mit den Werten irgendwie verankerst. Was hast du mit Leuten gemacht, die das nicht auf die Kette gekriegt haben? Direkt weg? Oder gab es dann erst mal ein klärendes Gespräch? Und versuchst du die Werte irgendwie zu integrieren dort bei dieser Person? Oder bist du da so, wer es nicht lernt, der muss es fühlen und bist dann eher so am Rotieren und sagst, gut, passt nicht, nächster. Ich bin vom Wesen her eher ein sehr loyaler Mensch. Das merkt man an meinen Partnerschaften, an meinen Kundschaften und auch an meiner Ehe. Ich bin seit 14 Jahren mit einer Frau zusammen und seit 1050, wie viele Jahre sind das? Neun Jahre verheiratet. Ich bin eher ein loyaler Mensch. Heißt, wenn du jetzt ein Problem hast, dann höre ich erst mal zu. Ich versuche zu verstehen. Wo kommt das her? Was ist das für Bedürfnisse? Welche Bedürfnisse kriegst du selber gerade nicht gestillt, dass du so handelst, wie du handelst? Was ist dein Warum? Was ist dein Motiv? Es gibt ja irgendeine... Jeder Mensch hat ein Motiv, warum er so handelt, wie er handelt. Und das versuche ich jetzt mal herauszufinden. Dann versuche ich es dem Vertriebene darzustellen. Hey, schau mal. Das ist gerade dein Handlungsmotiv. Welches Motiv möchtest du eigentlich haben? Wirst du eigentlich nachgehen? Meine Pechchen ist es, Menschen bei der Entwicklung zu helfen. Und wenn ich jetzt jemandem sage, ja, der fällt gerade blöd, ich schmeiße den weg, dann würde ich irgendwie auch meiner eigenen, meinem naturell vielleicht, nicht gerecht bleiben, weil es irgendwie in mir ist, ich will Menschen helfen, sich zu entwickeln. Und eine Rückentwicklung ist bei einer Entwicklung immer normal. Wenn ich jetzt Level 3 spiele in Super Mario und dann Level 4 spiele, dann kann ich im Level 4 manchmal denken, irgendwie kann ich gerade gar nichts oder ich entwickle mich zurück, weil das neue Level schwerer ist. So, und die meisten Vertriebler kriegen es gerade einfach nicht hin, zu reflektieren, hey, was muss ich denn tun, um Level 4 zu spielen zu können oder von Level 4 auf Level 5 zu kommen. Und genau dabei versuche ich zu helfen, zu verstehen, wo kommt das her, Ursache und Wirkung. Wie können wir die Ursache verändern? Und ich empfehle dir immer, wenn du Vertriebler hast. Ich weiß, wo meine Vertriebler weiß ja nicht mehr über sie selber. Ich kenne alle und ich kenne jeden. Ich versuche jeden zu kennen, um ihn zu verstehen und auch das Warum zu verstehen. Warum will jemand eigentlich erfolgreich werden? Was ist sein, in Anführungszeichen, Polarstern? Und dann kann ich jemanden auch immer wieder daran erinnern, hey, handelst du gerade deiner besten Vision nach? Würde die beste Vision deiner selbst so handeln? Zeit ist gerade auf deine Ziele ein? Und angenommen, du gehörst an deinem Sterbebett, welche Handlung würdest du gerade mehr bereuen? Welches Verhalten würdest du mehr bereuen? Verhalten A oder Verhalten B? Und durch diese Reflexionsfragen kriege ich ganz häufig Kindervertriebler wieder aufzuwecken. Wenn es da nicht schaffen, dann bin ich auch ein Fan davon, dann darf ich ihn wie meine Tochter fallen lassen, um daraus zu lernen. Er muss mal die heiße Herdblatt vielleicht anfassen, um zu checken. Okay, gut, das ist nicht mein Weg. Ja, ja. Ja, cool. Teile ich mit dir auch sehr, Alessandro. Ich muss noch eine Nacht drüber schlafen. Was sagst du? Also, genau das, wie ich jetzt gerade reagiert habe. Ich versuche erstmal immer mit der Frequenz nach oben zu gehen. Ich will da noch kurz was zu sagen. Die meisten Vertriebler, wenn sie einen Vorwand hören oder nicht das hören, was sie hören wollen, du musst dir so vorstellen, das Gespräch ist eine Frequenz, wir Menschen haben so eine Energie, die ist eine Frequenz. Die meisten Vertriebler gehen, wenn ein Einwand kommt, mit der Energie nach unten. Der Interessent merkt das. Ey, der Endeffekt hat seine Energie, der war doch weit die ganze Zeit gut gelaunt, jetzt sage ich, ich will eine Nacht überlegen. Und der Vertriebler jetzt so, jetzt fuckt der mich ab. Warum sagst du, willst du mich verarschen, ich habe zwei Stunden jetzt die Zeit investiert. Warum kaufst du nicht? Das ist doch das Richtige für dich. Sondern die meisten Vertriebe gehen in eine Abwehrhaltung. Ich gehe in eine offene Haltung. Ich gehe in die Umarmung und sage, hey, erstmal danke da, Robin, dass du da so transparent und ehrlich zu mir bist, dass es dir wichtig ist, das Ganze noch mal in der Nacht zu durchdenken. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, eine Person, denen es wichtig war, eine gute und durchdachte Entscheidung zu treffen. Schau mal, hol ich mich da ganz kurz ab. Einfach nur, damit ich es verstehe, weil mir ist eine Sache sehr wichtig. Aus dem Gespräch möchte ich mit einem guten Bauchgefühl gehen, sodass ich sagen kann, ich habe dich wirklich verstanden. Die Tatsache, dass du jetzt die Nacht drüber schlafen möchtest, ist es tatsächlich etwas, was dich davon abhalten wird, an deinen genannten Szenen, so wie wir sie besprochen haben, du willst 20.000 Euro im Monat verdienen oder du willst gerne mehr Mitarbeiter haben oder was auch immer, ist das tatsächlich etwas, was dich davon abhalten wird, genau daran zu arbeiten? Wie darf ich das eindeuten? So, also ich versuche einmal erst mal zu verstehen, ich stelle eine sogenannte Tatsachenfrage und danach kommt er wieder und er würde mich eigentlich nicht davon abhalten. Dann sage ich, okay, cool, alles klar, was ist dann deiner Meinung nach jetzt der nächste logische Schritt? Idealerweise kommt das, was ich hören will, wenn nicht, alles klar, hol mich mal gerne kurz ab, abgesehen davon, dass du nach drüber schlafen möchtest, was steht dann noch zwischen dir und in der potenziellen Zusammenarbeit? Okay, cool, hol mich mal kurz ab, damit ich es verstehe. Was macht dich genau unsicher? Wo kommt die Unsicherheit her? Wo drückt der Schuh? Wovor hast du Sorge? Wovor hast du Angst? Ich versuche hier psychologisch die Ängste zu verstehen, weil wenn er überzeugt wäre, dass das was Gutes für ihn ist oder wenn er keine Ängste hätte, würde er kaufen. Er hat Ängste, die will ich verstehen und ich weiß, dass es normal ist in unserem Gehirn, in die Ungewissheit zu gehen, etwas ist, was uns erst mal Sorge bereitet, weil wir es nicht kennen. Und da versuche ich, dem Interessenten zu helfen, das zu verstehen. Das glaube ich mir, wo kommt das her? Idealerweise sagt er dann, irgendwann den richtigen Einwand, wie zum Beispiel, ich habe schon mal schlechte Erfahrungen gesammelt und ich habe Sorge, dass ich jetzt nochmal sammle diese Erfahrungen oder ich habe Sorge, dass ich Ergebnisse nicht erziele, die du mir versprichst. So, dann habe ich einen echten Einwand. Wenn ich einen echten Einwand habe, technisch, jetzt rein technisch, ist es wichtig, den Wunsch dahinter zu erkennen. Angenommen, jemand sagt, ey, ich habe Sorge, dass ich die Ergebnisse damit nicht erzielen kann, dass ich die Ergebnisse nicht erziele, wie mir versprochen wird. Dann ist der Wunsch dahinter, stumpf gesagt, er will die Gewissheit haben, dass er die Ergebnisse damit erzielen kann. Dann sage ich, alles klar, cool. Erstmal danke, dass du da Transparenz in mir bist. Das heißt, dir ist es wichtig, jetzt nur mal für mich, damit ich auch wirklich verstanden habe, wenn wir das machen, dann nur unter der Prämisse, dass du das Gefühl hast und dir auch irgendwo sicher bist, dass du die Ergebnisse auch wirklich erzielt, über die wir gesprochen haben. Habe ich das richtig verstanden? Jetzt kommt der sogenannte Festnagelsatz. Jetzt kannst du ja eigentlich sagen, weil es dein Wunsch ist. Nachdem du ja sagst, sage ich, okay, alles klar. Das heißt, Robin, wenn du und ich jetzt gemeinsam feststellen, dass genau dem der Fall ist, dann ist es ein guter Deal für dich. Habe ich das richtig gedeutet? Habe ich das richtig verstanden? Okay, so, und dann gehe ich erst in die Einwandbehandlung. Die meisten hauen Argumente raus, die vielleicht sogar gut sind, ohne den Einwand verstanden zu haben. Was ist das Motiv? Stell dir mal vor, deine Tochter, die sagt dir irgendwann, du sagst der Tochter, hey komm, Schatz, lass uns ins Kino gehen. Und deine Tochter sagt, nein, ich will nicht. So, jetzt kannst du sagen, ja doch, wir gehen ins Kino und die sagt, nee, ich hab keinen Bock. Oder versuchst herauszufinden, okay, alles klar, wo kommt das her, wieso hast du keine Lust, ins Kino zu gehen? Ja, ich will ins Kino nur gehen, wenn da auch mein Lieblingsfilm läuft oder wenn da ein Kinderfilm läuft, der mir auch gefällt. Alles klar, das heißt, du würdest nur ins Kino gehen, wenn da ein Film ist, der dir auch gefällt. So, also hinter jeder Aussage ist ein Motiv, es gibt irgendeinen Wunsch und den muss ich finden. Dann kann ich dich auch erst lösen. Dann kann ich erst daran arbeiten. Und das ist die wichtigste Arbeit. Megacool. Danke auch, dass du da direkt in dieses Rollenspiel reingegangen bist. Das hast du sehr anschaulich gemacht. Was war so eine richtig, also vielleicht so aus dem Nähkästchen geplaudert, wo du rückblickend drüber schmunzelst, weil mit vielen Leuten sprechen bringt wahrscheinlich auch viele Storys. das war so eine richtig komische, ein richtig komischer Call, so richtig, was richtig Weirdes passiert. Einfach mal, dass wir vielleicht auch nochmal schmunzeln können zusammen. Gibt es irgendeine Reaktion in so einem Call, wo du sagst, wow, was war das denn? Und der ist dir so in dem Kopf geblieben. Also, es gibt da eine ganz wilde Story, die kann ich sogar erzählen. Und das ist auch ein wichtiger Hinweis in all die Vertriebsgespräche führen, wo die Angst von Menschen hinführen kann, welche Storys sie bereit sind, zu erzählen. Ich fasse es kurz, es gab mal ein Verkaufsgespräch und da hat ein Interessent sich nicht getraut, sich zu entscheiden und hat dann gesagt, hat er nachdem eine Eimerbandung gemacht worden ist, hat er dann gesagt, jo, alles klar, ich muss gerne machen. So, dann war der Bildschirm abgebrochen, so mehr oder weniger. Dann war das Gespräch, war aufgehört. So, also es war eingefroren. Wahrscheinlich hat er das Internet abgebrochen oder was auch immer, also er ist geflüchtet. Und am nächsten Tag hat man dann nochmal angerufen, da war die Assistenz angegangen, die hat dann gesagt, ja, der Herr XYZ ist gerade nicht zu sprechen. So, dann, alles klar, haben wir es nochmal versucht, am Folgetag, er hat gesagt, der XYZ ist nicht zu sprechen. So, dann haben wir nochmal angerufen, dann hat die gesagt, ich gucke mal, ob der da ist. So, die Sekretärin, die hat vergessen, auf Stumm zu schalten, das Handy. Es war noch laut. Sie ist dann zu ihm gegangen und er hat dann gesagt, sag, ich hatte einen Autounfall und ich bin gestorben. Dann kamen die zurück und haben mir gesagt, wir haben den noch gerade gehört. Sie hat das dann gesagt, es war mir auch, es ist mir leid, es ist im Autounfall gestorben, dann hat sie gesagt, wir haben den noch gerade gehört und hat die aufgelegt. So, da will ich eigentlich nochmal symbolisieren, wozu Menschen fähig sind, wenn sie Angst haben, wenn sie Sorge haben. So, das war so eine der wildesten Geschichten, die ich jetzt hier erzählen kann. Ja, sonst ist es viel weniger spektakulär, viel, wie wir nennt das das, gar nicht so spektakulär, wie sich die meisten das vorstellen. Also, wir jubeln hier auch nicht rum, wir haben zwar Musik im Salesraum, wir machen unseren Job, es ist professionell. Also, man jubelt für ein Tor auch, wie ein Fußballer. Es ist maximal fokussiertes Arbeiten, es ist höchst professionell. Das ist viel weniger Chaka-Chaka, als die meisten denken, wenn die Leute hier so 20.000 Euro im Monat verdienen oder professioneller Vertrieb ist viel weniger Chaka-Chaka in meiner Realität. Das ist so mein größter Mindset, Gamechanger gewesen, auch für mich, dass es auch besser läuft, wenn es professioneller läuft und seriöser läuft und weniger Chaka-Chaka. Mega cool. Jetzt macht ihr, wie gesagt, ihr arbeitet hier so in diesen vier Sparten, Vertriebsagentur, Closer-Ausbildung, Externer, CSO und ein Weltklasse-Sales-Team auf die Beine stellen für andere. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Ich kann mir vorstellen, allein, ich mache ja selber Agenturgeschäft und habe da komplett Aufnahmestopp von Personenmarkten, die ich annehme, weil ich ganz offen gesagt tatsächlich nur skalieren kann über Umsatzbeteiligungen halt und ich dann lieber daran interessiert bin, die nächsten Prozent Umsatzsteigerungen rauszuholen als noch eine Brand, noch eine Brand, noch eine Brand anzunehmen, weil das halt wirklich viel Arbeit bedeutet und ich habe selber auch immer, also kriege ich es gut hin, Gott sei Dank, weil ich ein echt tolles Team habe von knapp 30 Leuten, aber ja, wir haben auch so unsere Themen, wir haben Entrepreneur University, wir haben unsere Events, wir haben auch eine eigene Ausbildung im Marketingbereich, wir haben eine eigene Agentur, wir haben eine Marketingagentur, eigene Eventdienstleistung und wir arbeiten einfach scheiß viel auf gut Deutsch. Wie kriegt ihr das hin, das alles so unter einen Hut zu kriegen? Dieses Thema Fokus und so weiter, wie kriegt ihr das hin? Also für mich ist der Fokus, diese Sales-Gruppe hier, das ist für mich ein Ding, das eine zahlt auf das andere ein, das ist für mich, fällt es für mich leicht, okay, der Fokus ist halt, das ist die Pipeline der Firma und wie kriegen wir das hin? Ausschließlich durch Prozesse und Systeme. Also es ist wirklich alles prozessiert, alles systematisiert, ich nenne es die Papa-Methode, alles was in diesem Unternehmen passiert, gibt es ein Prozessdokument, es gibt ein Ausbildungsvideo, es gibt ein Prüfungsinstrument und es gibt das Arbeitsmaterial, damit man das auch wirklich machen kann. So stumpf gesagt, hey, Kaffeemaschine selber, wie funktioniert das? Es gibt ein Video, ein Prozessdokument, es gibt das Arbeitsmaterial dazu, es gibt das Prozessdokument, Ausbildungsvideo, Prüfungsinstrument und Arbeitsmaterial, genau. Also für alles gibt es genau das, auch wenn ein neuer Kunde ongebordet wird, abgeschlossen wird, was passiert genau wann? Jeder Mitarbeiter, der in dieser Firma anfängt, der weiß genau, wer wir sind, was machen wir, warum machen wir das, was wir machen, wie ist mein Persönlichkeitstyp, wie ticke ich, was wird nicht erwartet, was wird erwartet, es ist alles genau geklärt, wo findet man was, wo legt man welche Dinge ab, es ist sehr viel Vorarbeit geflossen, das hatte ich bei ungefähr so einem Monatsumsatz von, wo ich bei 200.000 Euro im Monat war und da am Plateau hatte, habe ich für mich gemerkt, okay, das ist der Hebel, das brauche ich, weil ich habe mir einfach aufgeschrieben, welche Fragen bekomme ich die ganze Zeit und ich mache daraus einfach ein Papa-Ding, also ein Papa-Prozess und ja, jeder weiß, was zu tun ist, jeder weiß, wie was funktioniert und jeder weiß, wie man die gewünschte KPI in der einzelnen Abteilung erreichen kann, weil es alles systematisiert und prozessiert ist und das ermöglicht es uns zu skalieren. Okay, mega cool, dieses Papa-Modell kannte ich auch nicht, aber auch danke, dass du das mit uns teilst. Zum Abschluss dieses Podcasts alles andere, das hat mir wirklich sehr gefallen, ich mag die Art und Weise, wie du denkst, ich mag, wie du es auch, da merkt man den Vertriebler in dir, dass du Dinge erklärbar, verständlich auch runterbrechen möchtest, damit dein Gegenüber es versteht und ich glaube, das war wirklich, also für mich war es sehr bereichernd und bin mir felsenfest sicher und überzeugt davon, dass es auch für die Zuhörer der Fall war. Zum Abschluss, ich weiß, dass du Familienvater bist, wir saßen ja auch schon ein, zweimal so irgendwie beim Essens-Tisch zusammen und auch deine Familie so an erste Stelle kommt, deswegen die Frage, die jetzt kommt, passt eigentlich für dich sehr, sehr gut. Stell dir vor, deine Kids kommen zu dir, die sind dann auch noch ein bisschen älter, sind dann irgendwie 18 oder so volljährig und machen sich auf eine Weltreise und du kannst die nicht, in diesem Szenario kannst du die nicht kontaktieren, die sind jetzt erstmal weg, haben Rucksack auf dem Rücken, gucken dich mit großen Augen an und sagen, Papa, wir sind jetzt weg und du kannst die erstmal nicht kontaktieren und du weißt auch nicht, wann die wiederkommen und die schauen sich an und sagen, Papa, gib uns noch einen letzten Rat, bevor wir auf die Reise gehen. Welcher Rat wäre das? Da hast du ja natürlich jetzt eine der wildesten Fragen rausgepackt, das ist wahrscheinlich, also wenn es in einen Tipp verpackt werden müsste, sowas wie in die Richtung, verliere nie den Glauben an dich, glaube an dich und sei ein guter Mensch. Natürlich würde ich das mitgeben, weil egal woran wir glauben, wir werden immer mit unserem Glauben recht behalten. Wenn wir glauben, etwas geht nicht, behalten wir recht. Wenn wir glauben, etwas geht, werden wir auch recht behalten. Mega, glaube an dich und sei ein guter Mensch. Ich glaube, es gibt kein schöneres und passenderes Schlusswort als das von dir, Alessandro. Vielen, vielen lieben Dank für diesen echt tollen Podcast. Hat mich sehr, sehr gefreut. Das schreit nach einer Zugabe, wenn du Bock hast, machen wir mal einen Teil 2 und ich sage euch allen danke fürs Zuhören, Zuschauen und Alessandro, erlebt ihr dann höchstwahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder live auf dem Fauna Summit und ansonsten, was packen wir in die Shownotes, damit für alle, die bis zum Ende auch zugehört haben, was finden die da? Also jeder, der diese Fähigkeit erlernen will und auch Karriere machen möchte im Wohlpreisvertrieb oder diese Fähigkeit verbessern will, der kann gerne auf www.closerakademie.de gehen und dann schauen wir, ob und wie wir helfen können. All diejenigen, die Vertriebspersonal suchen oder einen Vertrieb auf und ausbauen möchten oder vielleicht sogar den Vertrieb auslagern wollen an uns, die können gerne auf www.principe-consulting.de gehen und dann schauen wir, ob und wie wir helfen können und gucken, wie wir dein Unternehmen auf das nächste Level bringen und das Wichtigste, egal von welchen Dingen, ist, du hast jetzt hier Wissen an die Hand bekommen von Robin oder und mir, Wissen ist in der Regel keine Veränderung, sondern Machen, Machen ist Macht, nimm das Wissen für dich, geh in die Umsetzung, denn Machen ist Macht. Mega cool. Alle Links auch in den Shownotes zu finden mit einem Klick, damit da niemand verloren geht und vielleicht sich nicht der Federteufel bei Principe einschleicht beim Schreiben. Also alle Links auch in den Shownotes zu finden. Alessandro, ich sage danke fürs Mitmachen, freue mich auf hoffentlich einen Teil 2 und auf nächstes Jahr Fauna Summit mit dir und dann sehen und hören wir uns sowieso eh und bis dahin alles Gute. Bis dahin, ciao. .